ich habe schon es ist auch so und der Kulti geht dabei aus und es ist nicht mehr beurteilt also wenn er von Käfig mit Fackeln ist kann es ja nur in der Nähe sein weil wir waren ja nicht ja hier wird jetzt so ein Käfig wo man aus dem Berg rausgucken kann ja ich bin da ungefähr wo wir gerade runtergeguckt haben weißt du wo das war Lukas meine Fresse ey da machen wir das einfach jetzt mal AHHHHH ja nicht gut da ist Lava ja die habe ich schon ganz viel Koppel weggegraben der ging da der geht da einfach ganz gerade nach unten als ob der irgendwie Tunnel gegraben hätte und sich dann hoch gegraben hat irgendwie okay Akte X sieht aber geil aus ne ja ich buddel mich mal runter und guck mal was da so kommt jo guck mich mal hier so ein bisschen um Aua Aua okay nein unter alter unnormal Tunnel nein die Kulti ist äh Koppelstunde es geht es geht das gedönster ja geil das ist der Berg sieht aus wie gesprengt das ist ein Tunnel das ist ein Weg voll cool hier ist ein Tunnel WTF Tunnel eine mögliche Erklärung dafür Ziemann Ziemann ja Ziemann oder auch Philipp genannt ist noch ein anderer hier ist auch eine Fackel ach die hast du wahrscheinlich gemacht ne ja der andere der hier noch teils aus dem Story spielt auch RL freund von uns in Anführungszeichen wird es nacht ja und der ist äh lasst halt nicht wir gehen da verpennen pst jetzt machen wir es mit eben raus es war relativ tief also es war eigentlich ein Tunnel relativ tief und der ist jetzt aber gerade im Urlaub zum Glück deswegen haben wir auch jetzt das Together gestartet und nicht wenn er wieder da ist ja wir sind ganz wiesig kreis wo geht's hin, Hendrik, nach Hause? geradeaus ah cool ich dachte, er rät jetzt keine auf das fände ich irgendwie lustig ja war eine Nacht unter freiem Himmel haha gräven 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 wo ist gräven wo ist gräven wow ja jetzt auch dumm bin ich, dass ich mehr rechtzeitig falls kann ich hier ein Loch um unseren Weg zu markieren ohne Fackeln nn kenn den Weg natürlich wir brauchen noch so lange wir brauchen lange, weil es weg ist und dahin äh ja da vorne ist es ich sag doch einfach nur geradeaus sag doch einfach nur geradeaus das war mal quer geradeaus trotzdem geradeaus trotzdem geradeaus äh Baum ich habe ja noch ein paar Schnitte zu schlafen das macht auch kein bekannter Let's Player auf sich ne genau niemand sonst wer auch ja fahren wir uns erstmal Koppel oder so ja ich putze ein bisschen Sand durch grab mich einfach irgendwo rein glaube ich ja also ich habe Koppel 32 grab mich jetzt durch ich lege hier zumindest was frei ich ich putze in die andere Richtung jetzt vom Bahnhof den Weg zum Bahnhof bauen denke ich mir auch ein paar viele Snacks Koppeln ja habe ich aber gestern gemerkt ja ja ich habe mich der letzte Folge um die Rüchte wo gar nicht zu schützen tja wie viele Snacks Koppeln hier da? 2 erstmal ja reicht denke ich Mann Prozent das war Absicht ja ne im Moment leidig schon wieder an K Machen wir weiter Ende. Meins. Ja, sehr spannend gerade hier. Ja, es ist wirklich das Spannendste, hier sieht man live, wie ganz viel Kobbel abgebaut wird. Und das gab es noch nie im deutschen Fernsehen, ja? Die erste kommentierte, gezielte, äh, 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 und Cobblestone, und Cobblestone-Farm, ja. Also ich hab, äh, mehr als zwei Stacks. Ich gehören dir auch schon, nö. Ich gehören dir auch schon, nö. Hendrik failed. Dumm, dumm. Failin? Ich mag es ja vorher schon so viel. Ja, genau. 32, das ist nicht viel. Ich hatte jetzt auch gerade, jetzt habe ich, äh, 48. Beziehungsweise dein 32. Kämen wir auch auf über zwei Stacks. Ich hab auch gerade ein bisschen was von dir genommen. So, zwei Stacks. So ungefähr. Sinn? Hm? Sinn? So, da. Sollte erstmal reichen. Ja. Total. Dann graben wir uns schon mal so ein bisschen was da. Ja. Ja. Äh, 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 äh. Ja. Hast du denn so benannt? Ja. Wo ist der Hendrik denn? Tja, ich kenne ihn gut. Stirb Kuh. Danke für dein Leder. Ach, Hendrik. Was denn? Weiß ich noch nicht. Ja. Geh kaputt, Kuh. Das ist das Riesen-Code mit den meisten Rohstoffen ever! Drei Kohle. Dann gehen wir schon mal weiter. Ha! Irgendwann garantiert. Da fällt uns so ein... Irgendwann fällt uns so ein Creeper auf den Kopf. Drei Stacks Kohle, zweieinhalb Stacks Eisen, vier Diamanten, damit ich in Lava gefallen. Tja. Herr Leck meinten, was davon wäre noch in einer Chest? Ja. Ganz viel. Ein bisschen. Ganz viel davon. Fünf Stacks Kohle, drei Stacks Eisen und sowas. Hendrik, du würdest zu fragen, ob du die Chest schon ausgeräumt hast. Nee. Es kann sein, dass man Lukas in der Aufnahme gut hört, aber ich höre ihn nicht gut, weil ich meinen Sound nicht so laut habe. Ah. Schlimm. Was war der Scheiß? Hier sieht es auch ganz hübsch aus. Ja. Unsere Basis ist schon ein... Naja, Cave kann man es nicht so wirklich nennen. Das ist ein bisschen Kohle und sonst ein großer Raum. Also von daher hat die Natur schon Vorarbeit geleistet. Die Aufnahme schreit und dann einfach nur so Blitze da reinwirft. Da hinten, glaube ich, ist das. Das ist unsere Base. Gehen wir mal in die andere Richtung. Ich will jetzt rechts. Okay. Jetzt rechts abbiegen. Wenn möglich, bitte abbiegen. Ich habe den Weg immer noch nicht gefunden. Nein. Ich kenne mich hier noch nicht los. Also wenn ich die jetzt hier ausgrabe, dann komme ich dahin, wo wir unsere Base haben wollen. Mach ich das? Da ist Kohle, oder? Ich sehe das Kohle. Ja, da ist Kohle. Ich sehe das auch. Ich glaube zwar nicht den Ort, den du meinst, aber... Ja. Ich meine das. Ich glaube es nicht. So, jetzt rede ich. Jo. Das muss ich gerade sagen. Ich hatte gerade Spaß dazu. Hm. Ich hatte gerade Spaß dazu. Hm. Das steht auch. So, dann greicht er. Ach, meine Fresse ist hier viel Kohle. Weiß ich nicht. Ich glaube ich nicht. Wahrscheinlich muss ich exakt nach... Da, weil da ist der Sand mit. Da kommen wir ja her. Da hinten. Ähm. Ne. Kann man auch lassen. Ich habe jetzt keine Lust mich über den Eisenhift zu bauen. Ach ne, hier ist ein Cave. Wer sagt das? Ne, 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 da rechts. Das sieht lustig aus. Ähm. Da rechts. Rechts. Da, glaube ich, irgendwo da. Haha. Hast du gesehen? Ähm. Ich glaube das ist das Falsche. Da geht's nicht. Ich will eigentlich nur runter. Mach mich runter. Schade, dass man auf der Map nicht sehen kann, wo gerade die anderen Leute im Server sind. Jo. Genau. War absichtlich. Ich habe gerade mal sehr waghalsige Free Climbing Aktivitäten um mal in Kohle zu kommen. Tja. Hände ich die alte Mineralien Hure. Das Thema...